Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie mit Ihrem ThinkPad Laptop eine Bluetooth-Verbindung erstellen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Gehen Sie auf dem Desktop zuerst hier zu den Einstellungen und bei Einstellungen zu Geräte. Und bei den Geräten zu Bluetooth. Als erstes schalten Sie Bluetooth ein. Ihr PC sucht sofort nach Bluetooth-Geräten in Ihrer Nähe. Das heisst, zum Beispiel Ihr Smartphone oder Ihr Bluetooth-Lautsprecher, die müssen jetzt ein Signal senden, dass Ihr Laptop das Signal empfangen kann. Gehen Sie also zu Ihrem Smartphone. Gehen Sie dort zu Einstellungen. Bei Einstellungen schalten Sie Bluetooth ein und drücken Sie länger auf das Bluetooth-Zeichen und schalten Sie nun das Signal ein. Also zuerst muss Ihr Gerät ein Signal senden. Ich klicke also hier drauf und jetzt sollte Ihr PC das Signal empfangen. Es dauert noch eine Weile. Und da ist es. Das heisst, ich kann nun den Laptop mit Pirmin Galaxy koppeln. Ich klicke hier drauf, sage koppeln. Was passiert? Es erscheint eine Nummer. Ist es mein Handy? Ja. Auf dem Handy erscheint nun ebenfalls eine Meldung. Bestätigen Sie diese Meldung auf Ihrem Handy und sofort danach sagt Ihr PC, er sei nun verbunden mit Ihrem Handy. Mein Handy ist nun also gekoppelt mit dem Laptop oder umgekehrt. Auf dem Handy selber erscheint nun dieser Laptop. Das ist dieser hier. Aber obwohl er nun gekoppelt ist, muss ich ihn jetzt noch verbinden. Ich klicke hier drauf. So können nun Daten ausgetauscht werden zwischen den Geräten. Oder ich habe hier ein weiteres Gerät verbunden, und zwar einen Bluetooth-Lautsprecher. Und ich kann nun zum Beispiel irgendeinen Ton, der auf dem PC abgespielt wird, über Bluetooth auf den Lautsprecher senden. Und der kann dann zum Beispiel ein ganzes Zimmer beschallen. Das war's.